Willkommen zu einer neuen Snapshot Vorstellung. Gestern Abend wurden wir mit dem Snapshot 13W42A beglückt und was der Snapshot so Neues bringt, zeige ich euch in diesem Video. Anfangen tun wir aber jedoch erstmal mit einer Kleinigkeit nebenbei. Und zwar hat Jeb gesagt, dass diesen Donnerstag, ob das jetzt dieser gestern war oder der nächste Woche, ich denke mal nächste Woche, sogar schon ein Pre-Release zu 1.7 erscheinen soll und das Update an Halloween erscheinen soll. Was sehr sehr cool wäre, weil dann hätten sie endlich mal ihren Zeitplan eingehalten und wirklich noch im Oktober ein weiteres Update rausgehauen. Dazu gibt es auch eine Neuerung, die ich euch gleich noch zeigen werde, die mit Halloween zusammenhängt und die das Ganze nochmal etwas glaubwürdiger erscheinen lässt, dass es wirklich an Halloween rauskommen soll. Ob das aber wirklich passiert, sehen wir wohl erst in zwei Wochen. Die erste richtige Neuerung ist etwas, was viele von euch freuen dürfte, denn die Transparenz von dem neuen Glas wurde nochmal etwas verändert. Man kann nun besser hindurchschauen und es sieht einfach nicht mehr so behindert aus, wie noch im letzten Snapshot 13W 41A. Außerdem gibt es keine Lichtanzeigefehler mehr, die dieses Glas betreffen, wenn man irgendwie komisch von der Ecke aus darauf schaut. Und außerdem wurde die Transparenz von Eis und Wasser wieder verändert. Wobei ich hier euch nicht sagen kann, ob das ein Bug ist oder so gewollt ist. Ihr seht, durch dieses Glas durch können wir in das Wasser hineinschauen, was dort aber eigentlich auf diesem Block sein sollte. Wenn das Wasser nicht direkt ans Eis rangrenzt, können wir das Wasser sehen. Wenn es direkt da dran ist, sehen wir nur die Seiten, die eben nicht am Eis dran sind. Da sehen wir noch einmal Wasser, was wirklich direkt dran ist. Wir sehen es einfach nicht. Und wenn wir durch Wasser aufs Eis schauen, sehen wir allerdings das Eis. Wie bereits erwähnt, soll es noch etwas Halloween-mäßiges im Update geben. Und zwar ist dies nur eine Kleinigkeit, aber es ist trotzdem etwas Nennenswertes und was gar nicht mal so schade ist. Denn die Hexen können jetzt nicht mehr nur in den Hexenhäusern spawnen, sondern überall in der Welt, wenn es in der Nacht ist. Und sie ersetzen beim Mob-Spawn einfach einen Mob aus einer Mob-Spawn-Gruppe. Außerdem wurde wieder was an den Resource-Soundpacks verändert. Es steht dabei, dass neue Sounds dazu gepackt werden können, aber das ging eigentlich schon in der 1.6. Was genau das nun heißen soll, weiß ich nicht, aber ich möchte euch das trotzdem einmal zeigen. Also man kann jetzt neue Sounds in Soundpacks reinpacken und wieder rausnehmen und verändern. Und was das genau heißt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr es wisst und vorallt. Und die letzte Neuerung, die Mapmaker und Pixel-Artisten sehr erfreuen dürfte, ist folgende. Colored Clay und Colored World wird nun auf dem Map angezeigt, die man sich herstellen kann. Es gibt für jeden Block eine einzelne Farbe, wobei Clay und Wolle sehr gleich aussehen. Es heißt zwar, dass diese unterschiedliche Farben haben sollen, aber wie man hier vielleicht auf dem Map sieht, ist dieses Clay genauso gefärbt wie diese Wolle. Und es gibt keinen wirklichen Unterschied zwischen diesen beiden. Dadurch ist es nun möglich, 15 bzw. 30 neue Farben einzubauen auf die Maps, womit man dann ganz tolle Sachen machen kann, wie Pixel-Arts drauf anzeigen oder eine Quest drauf schreiben für eine Adventure-Map oder was auch immer. Ich habe hier zum Demonstrieren einmal so eine Art DNA-Helix aufgebaut, was man nicht so gut sieht. Aber man sieht, die Blöcke werden auf dem Minimap angezeigt und es ist halt nur flach. Das heißt, der oberste Block wird angezeigt. Wie man hier auch sehen kann, da unten steht ein paar Wörter aus einem Satz. Und da oben steht dann das letzte Wort aus diesem Satz. Und alle zusammen auf der Map sehen aber ganz gleich aus, auf der gleichen Höhe. Man merkt keinen Unterschied dazwischen, dass diese auf verschiedenen Ebenen gebaut wurden. Und dasselbe ist auch mit dem Teil hier hinten. Alle drei Wolfhaben übereinander existieren, aber an sich gibt es nur einmal das Wort in Rot, weil Rot ganz oben ist. So, und das war es nun auch mit der Vorstellung des Snapshots 13W42A. Und ich hoffe mal wieder, dass es euch soweit gefallen hat. Wenn ihr über die kommenden Snapshots und vielleicht das kommende 1.7 Update in ein bis zwei Wochen informiert bleiben wollt, lasst ein Abo da und dann werdet ihr über die Updates und News informiert. Wenn ihr es nicht getan habt, würde ich mich auch sehr bei einer Bewertung freuen und dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und tschö tschö.